Wuhu! Bäm! Aua! Sorry! Sorry und tot! Manni, wir flicken das Loch derweil, siehst du, irgendwie die Bretter drüber gelenkt werden. Und ein Zettich drüber. Feind also öfter dazurzukommen. Achso, ihr habt nicht bereit gekickt. Auch Felix warst nie bereit. Ach mann, sorry. Ich hab' meinen Rücken misst den mittlerweile. Mit dem wir rumhacken können. Nicht so viel Feuer auf der Map bitte. Loll, das sieht ja immer geil aus. Ich hab drei Zauberer, die nach vorne rennen. Und hinter den Würsten sind. Ja, schon was nass. Eine Rolle macht einfach nur Feuer. Ach, hier kamen mir auch wieder die blöden Augenfieser. Ja. Aber die kommen, glaube ich, auf allen Maps, von daher Marco. Ja, ich hasse die. Sagen wir Vortex haben, doch auf der kommt auch. Wer lebt denn so lange? Ich hab grad versucht, Dreck auf den Tisch wegzuwischen und hab dadurch mein eigenes Headset vom Kopf gerubbt. Was the... Bad taste, 450. Bin ich ein Heishobby-Schmieler jetzt, oder was? Ja, ist ein Heishobby-Spiel. Zyk! Teleport! Operation! Grafik! Fenstermodus! Aus! Oh, endlich, ey! Was? Kann ich denn was aus? Wieso? Oh, ich glaub, mein Makika ist grad ab... Ne, doch nie. Wollt schon sagen. Na, ich hab immer noch überlebt. Ist das geil. Aua! Es wird nicht zu viel Feuer. Aua! Nicht auf mich die ganze Zeit! Was passiert, wenn wir Feuer nehmen? Das schmiss das Eis hier, siehst du doch. Dadurch werden wir nass. Dadurch darfst du... Also eigentlich darfst du auf dieser Map keinen Pitz verwenden. Das ist eigentlich alles. Danke, Marco! Echt? Was macht auch das scheiß Feuer? Ich hab überhaupt nichts mit Feuer gemacht! Du kannst keinen Blitz nehmen, du kannst ihn nie wiederbeleben. Jetzt überleb einfach. Du musst den Typen mit den Hirnern totmachen, die... die Beten müsste totmachen, dann wird das... damit kein... nichts mehr davon kommt. Keine Ends mehr kommt. Ne, damit kein... kein Regen mehr kommt. Wie ist das hier? Ja, nicht auf mich! Oh, sorry! Du bist so'n... Der mit'n... Oh man! Ne, der mit'n Zauberstab, ey. Jetzt kannst du mich übrigens wiederbeleben. Ah, mich bitte auch. Gibt's doch gar nicht. Aber! Was machst du auf mich immer? Ach so, jetzt geht's ja wieder nie. Ich komm noch nicht richtig damit klar. Was hat mich gekillt? Dennoch. Aber du machst auch immer in die falsche Richtung! Das ist das, was wir halt nie verstehen. Wird die... wiederbeleben? Ja. Geh. Lass da! Hier kommt noch Mazda! Ja! Aber wir wissen die Feuer, das ist viel effektiver gegen die Feature. Warum sagst du mir das nicht vorher? Das ist doch logisch, oder? Das sind Bäume, also ehrlich! Ich mach grad Feuer... nur Feuer und... Dingens und... und... Arcane. Aua! Ja, danke! Danke! Perfekt! Ehrlich, alles in die Luft gesprengt! Perfekt! Danke! Ey, die sind ja nun nicht grad die kleinsten! Und ihr trefft's ja trotzdem nie! Es ist einfach zu spät! Wiederbeleben! Ja! Wenn man nicht mehr nass ist, bitte! Perfekt, Marco! Ja, ey, rutsch ich in den scheiß Rumpen rein! Umgekommen! Wo? Tot! Stab! Ja, Moment! Danke! Stab des Feuers bekommen! Oh, da kann man den Feuerschutz geben? Kann man ja hinten das Buch holen! Oder auch nicht! Welches Buch? Was? Da ist ja noch eins! Eins von den vielen! Phoenixbeschwörung! Phoenixbeschwörung! Warte mal, die wollen wir jetzt mal machen auf dem Ding! Ah, die waren irgendwie immun gegen Blitz oder so? Ähm, ja! Okay, der hat doch Blitzmaß! Ne, die haben Blitzabsorption! Und Feuer, äh, Lebensimmunität! Aber... Einfach normal drauf schießen! Ich bin... Irgendwie... Ich stehe da drin... Ne, also ich würde da gerade nicht so kommen! Ich bleibe nicht durch! Ich bleibe nicht durch! Ja, wieso bin ich gerade unter dem Leben wiedererstanden? Weil du wiederbelebt wurdest! Nicht fragen! Einfach satieren! Das war irgendwie mit der Phoenix und dann war ich auf einmal da! Da sind übrigens wieder Waffen, ne? Phönix? Vielleicht macht der Phönix sowas, wenn jemand da gerade stirbt! Das ist natürlich so, aus seiner Arsch oben stehen unsere Phönixen! Ja! Sind die Elementarwesen auch von uns? Ne! Ne! Nein! Nein! Wie gesagt, da hinten liegen Waffen rum! Verwirrung! Ja, stimmt! Da liegt ein Stab rum! Der vielleicht besser aus meiner Stabs voll ist irgendwie doof! Huh! Stab... was? Stab plus 1 heißt der hat jetzt 1 jeden Zauberschaden! Okay! Aua! Absicht! Muss ich heil... äh... löschen! Ja, toll! So schnell! Hier, Leute! Da hinten stehe ich! Da hinten stehe ich! Jaja, fuck! What the hell! Böse Zauberer! Mit Arcade-Schutz hier! Warte! Das ist ein Hunde! Ja! 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 Aua! Wer hat mich... Ah, nein! Das war ich! Ne, ich hab mich selbst geblitzt! Mal bitte wiederbeleben, wenn ihr nicht mehr nass seid! So nicht! Felix, machst du noch mit? Ich hab dich grad wiederbelebt! Ne, hast du nicht das Volko-Bee? Nope! Ich will die Waffe haben, die hier im Boden steckt! Ich hab noch jemanden wiederbelebt, oder? Nee! 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 Ich hab zumindest nicht das hingedrückt! Nochmal! Mich hat's durch die gesamte Arena gehauen! Durch die gesamte Arena! Ah, ich glaub ich mach Feierabend! Oh, unser Host geht! Ich hab mich jetzt richtig gegenseitig! Ich hab dich nicht so richtig! Und ich hab dich mit! Fange auf! Du bist! Ich hab dich halt auf! Wir wollen in dem nichts! Wir brauchen viel capacity! Ich hab dich dabei! Ich hab dich hier! Du bist da!